Die Strecke von Oschersleben Hier im Mercedes SLS zu bewältigen Auf geht's, Überstart und Ziel Richtung Turn 1 Die Hotelkurve, 5. Gang Hart anbremsen, außen anbremsen Runter in den 1. Wäre Linien hier möglich, 270 Grad Rechtskurve, technisch sehr anspruchsvoll Das Heck kommt leicht, aber gleichzeitig Untersteuert der Wagen hier auch Hier nicht zu weit rauskommen, auf den AstroTurf Dann Richtung Turn 2 Die Hasselröder Kurve, runterbremsen 2. Gang, ca. 100 Durch diese Linkskurve Dann rausbeschleunigen Richtung Triple Eine Dreifachlinks, sehr schnell gefahren Wird dann immer enger Hart anbremsen In diese 180 Grad Rechtskurve 2. Gang, ca. rausbeschleunigen Richtung McDonalds Hier Durch die Schikane Aufpassen, der Wagen versetzt hier auch Aufgrund der Homecurbs Raus geht's, viel Schwung mitnehmen Auf die Gegengrade Hier reicht der Wagen Ca. 4. Gang 2.20, 2.30 Turn 6, Turn 7 Eine Rechts-Links-Kombination Und dann Hier Turn 8 Kurve hängt gleich nach außen Wagen, untersteuert hier auch Hier hart in die Eisen Zweiter Gang Sauber rausbeschleunigen Aus der letzten Kurve Turn 9 Auf Start und Ziel Und das war eine Runde In Oschers Leben Untertitelung des ZDF Wie Wie ula